Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Ich bin die Glinderfahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop hier daheim das Nennchen eingerichtet. In diesen Videos zeige ich euch immer wieder meine tollen Einzelstockchen. Das sind auch alles neue Einzelstockchen. Da werde ich oftmals gefragt, hast du das Second Hand? Nein, 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 nein. Alles neu. Ja, höchstens einmal von mir oder von der Puppen angekommen, aber das nur zum Video machen und zum es halt präsentieren. Das gehört halt dazu. Ja, mein Laden ist immer am Donnerstagabend vom halb 6 bis zum sieben Uhr offen und am Freitagmorgen vom 8 bis zum halb zwölf Uhr und natürlich auf Voranmeldung. Dort in der Piste am Funk gehen auf 078 759 58 46 SMS, WhatsApp, Anruf, wie soll ich am besten passt. Wir melden euch bei mir. Wir können garantiert einen Termin miteinander finden. Oder ihr geht auf meine Webseite gerlindes-mode.li Dort kann ihr das Kontaktformular ausfüllen und dann melde ich mich bei euch. Und was auch noch ganz, ganz neu ist und ganz cool ist, die Kunden-App ist endlich da. Ein Haufen von euch habe ich ja schon meine App gezeigt, wie ich bestellen und kaufe. Und die gibt es jetzt für euch. Also sobald ich wieder eine neue Lieferung bekomme. Ab der nächsten Lieferung, weil das der Fall ist, kann ich meine bestellten Sachen in die App hineinziehen. Und dann sehen ihr, was ich gerade Neues bekommen habe. Die Sachen, die ich schon da habe, kann ich leider nicht nachträgen. Datentechnisch haben sie gesehen, geht das nicht wirklich. Es wäre viel zu aufwendig und ich glaube, es würde auch ziemlich überschneidiger gehen. Geht mit eurer Technik zu wenig aus, aber wenn unser Maik sieht, geht es nicht, dann geht es nicht. Und er ist der Letzte, der sagt, geht es nicht. Also, ja. Es ist wie es ist. Ich muss wenigstens mal wirklich alles in der App hinein, wo ich im Laden habe. Es braucht jetzt halt eine gewisse Zeit, aber kommt schon gut. Also wie gesagt, wenn ihr auch mit der App möchten einkaufen. Also das heißt, dort sind Sachen informiert drin, die ich da im Laden habe. Und es gibt aber auch ein Haufen Sachen, die den Dressplaner direkt in eure Kunden-App hinein tun. Und den könnt ihr direkt bestellen. Es wird aber zu mir her geliefert und ich kann euch dann informieren, wenn das tolle Teil oder die mehrere Sachen da bei mir sind. Und dann kann ich ihr es bei mir holen kommen, probieren kommen, und sonst schicke ich es euch. Aber da kann man dann alles in aller Ruhe miteinander abmachen. So. Was gibt es jetzt zum sagen? Eine coole Jacke habe ich auch. Die ist so schön. Sie hat eine schöne Länge. Sie hat auch da den praktischen Rissbeschluss. Und es bleibt zu. Also zu in dem Sinn, es ist ja noch ein Keil, der offen geht, dass man etwas mehr Bewegungsfreiheit hat. Das läuft natürlich auf beiden Seiten. Das ist ganz, ganz praktisch. Ja, aber es hat halt gleich ein bisschen mehr Luft. Ich finde es sehr praktisch, weil ich habe mir schon so viele Jacken kaputt gemacht. Eben halt, bis längere Tage habe ich einen grossen Schritt gemacht und ins Auto eingestiegen. Ja, wenn man die offen hat, passiert das sozusagen nicht. Ja, die wunderschöne Jacke Halle in der Kleidergröße. Jetzt ist das, was ich da gestellt habe. Gucke, ich glaube 40, 42. Ja, ist es einfach. 38, 40. Ja. Und kostet 119 Franken. Sie hat da auch noch die wunderschöne Pörtchen, dass es nicht sehr weg innen züchte. Finde ich ganz, ganz praktisch. Ja, ist wirklich eine sehr hübsche Jacke. Ja, die ist ja 36 bis etwa 40 zum tragen, aber mehr. Und das für 119 Franken. Hat keine Dauer drin. Einfach, dass ich es noch gesagt habe. So. Ja, dann habe ich hier diese cool Bluse. Ich finde sie so lässig mit den Trompetenärmeln. Das ist so mit den Mescheln. Da ist ein Gummizug. Also, ja. Ganz, ganz schnüssig. Passend dazu hören, diese warme Hose. Die sind so, wie so, ganz ein feiner Sammelt. Ja. Ist auch eine richtig feste Hose. Es hat ja jetzt ein bisschen angeschneid. Bin ja gespannt, was, wie der Winter wird. Lachen wir uns überraschen. Ich denke, es könnte kalt werden. Also, weiter geht's. Diese Kombination kann man in der Kleidergrösse 36 bis etwa 42 tragen. Und die kostet jeweils 39 Franken. Dann habe ich hier die hübschen, ähm, wie sieht man, Glattgläderin mit Tarts Schuhen. Stiefelette, ja. Die habe ich jetzt aber nur im 39. Sie fallen recht angenehm aus. Hände auf der Seite, nur so ein Gummi-Einsetzle. Und, innen dann auch ein Rissverschluss. Dass man wirklich bald hin und los stecken kann. Den 39 kosten es 55 Franken. Den gehen wir zu unserer grossen Puppe. Sie hätte eine Kleidergröße 44,46. Und hätte auch ganz ein hübsches Blüschen, ja. Herzig. Ja, ich finde die Blüschen so schön. Die ist so lieb gemacht. Sie bleibt auch in den Armen, habe ich das Gefühl, schön breit. Weil ich habe dann schon vielmals, ja, die Kundinnen da gehabt, die haben dann ein bisschen kräftigeren Arme gehabt. Und dann sind die Ärmler so schmal geschnitten. Ja, das gibt es aber in allen Grössen. Ist auch mir schon passiert, in verschiedensten Häusern, die Arme zu sehen. Pech kann man nicht machen. Aber, wenden wir uns dem Positiven zu. Eine wunderschöne, lichte Bluse. Da kann man sie knüpfen. Weil man sie offen hält. Ja. Da ist es so auszuschauen. Ja, ist Geschmackssache. Ich gebe das jetzt hier lieber ein bisschen. Knüpfen. Dann kann da ein bisschen Spiel drehen. Dann haben wir da so ganz schmiesige Feldtaschen. Also so halb-halb Fell. Das ist, ja fühlt sich auch wie Leder, aber Kunstleder. Und da natürlich Kunstfell. Da haben wir zwei Druckknöpfe. Und innen dran haben wir da einmal ein großes Fach. Da ein Reissverschluss. Dann ist da noch einmal ein Fächtchen. Da soll ich extra noch etwas Weißes eingehen tun, dass man es auch besser sieht. Und dann kann man es da auch noch zutun. Und dann hat man wirklich ganz eine coole Tasche. Und das für bloß 38 Franken. Dann hat sie eine Glattkleiderei mit Tatshosen in Schwarz. Die kann mit der Kleidergrösse 44 bis 48 tragen. Ist ganz eine tolle Hose. Ähm, kostet auch 39 Franken. Wie das tolle Blusli. Und dann haben wir da schon gefütterte Stiefelettli. Jetzt habe ich gerade einen Knopf gehabt. Den habe ich jetzt im 38 da. Und im Schaufenster stand es glaube ich im 37. der Reiss geben. Und die tolle Schuhe. Stiefelettli. Die sind 55 Franken. Ja. Wirklich ganz ein hübscher Schuhe. Und ich hoffe er geht auch so warm, wenn er raus schaut. Dann zeig ich Ihnen das hübschere Kettelchen. Das ist 25 Franken. Und jetzt noch zu unserer Kalina Puppe. Sie hat ja eine Kleidergrösse 36 bis 38. So, ein bisschen auf die Seite. So, dann sieht man die auch richtig schön. Sie hat eine ganz tolle Bodyback. Kommen wir jetzt erstmal mit dem in die Nähe. Das wunderschöne Täschchen mit den zwei Rissverschlüsse. Ist eher eine schmale Tasche. Sie geht dann auch nicht weit auseinander. Kann man nur auf eine Seite tragen. Aber es ist wirklich ein ganzes tolles Teil. Auch von der Optik her. Es sieht wirklich aus, als ob es echt Leder ist. Ist es aber wirklich nett. Ist auch Kunstleder das Leder im Staat. Also wirklich ganz ganz hübsch. Und ist auch 38 Franken. Darunter hat sich die hübsche Bluse. Sie sind ja so raffinär geschaffelt. Man kann das natürlich auch noch anders machen. Ich komme gleich in die Kleidung näher. Dann sieht man es besser. Jetzt sehen wir es so. Ganz hübsch. Und wenn wir gerade schon da sind. Die wunderschöne Halskette mit dem Herzchen. Da hängte ich euch dann nachher ein Foto. Daher habe ich es besser gesehen. Darunter dreht sich Leggings. Die aber gerade geschnitten ist. So eine dunkle Cognac mit schwarzen Zehen drauf. Die auf beiden Seiten liegen. Ist in der Kleidergrösse 36, 38. Und das Bluesli. Da muss ich gleich schauen. Das Bluesli ist 36 bis etwa 42 zum Trägen. Und kostet jeweils 39 Franken. Passend dazu her. Der richtige Stiefel. Mal schauen, sind die gefördert? Nein, sind sie nicht. Ganz einfaches Vorderdienen. Ein wunderschönes Stiefel. Mit ein bisschen Glitzer drauf. Ganz ein toller Schuh. In der Schuhgrösse 37 für 55 Franken. Tja, mal etwas anderes, oder? Vorne ein kleines kürzer wie hinten. Ja, ist eine staatliche Länge. Ich muss nicht sagen. Ist wirklich sehr lang dahinter. Cooler Kragen. Und dann ein so grosses Herz in Silber. Cool, oder? Ich finde das, ja, ist gelungen. Sehr speziell. Cool. Ist in der Kleidergrösse 38 bis etwa 44 zum Trägen. Ihr seht, sie hat auch noch Körigluft. Hat da auch noch Säcke. Ist immer praktisch. Man weiß nicht, was man auch so riechen tut. Darunter habe ich so eine lässige Leggings an. Mit einem hoffen Glitzer drauf. Da habe ich jetzt ganz viele Schmetterling drauf. Fast nicht so auf dem Video. Mach dir nachher noch ein Foto dazu. Dass ihr das besser gesehen. Den habe ich ganz, ganz coole Glitzerschörchen an. Die da, der dann natürlich auch ganz genial dazu passen. Sie sind nicht ganz weiss. Wow. Das tolle Schört. Ist auch nicht ganz weiss. Die sind im 38 und kosten 55 Franken. Die Leggings, die ich da habe. Ganz, ganz cool. Sind im 39, sind aber ganz wirklich klein geschnitten. Also wenn ihr sagt, dass der Whisky hat, fühlt ihr euch von mir. Das ist schon ein paar schwor. Sie sind auch nicht ganz weiss. Sie haben einen lichter, lichter Cremestich drin. Und den ganzen Hofpark Glitzerglitzer. Und kostet dann auch über 50 Franken. Die Leggings, die ich da habe. Gefütterte Leggings. Ach, so feil. Und der gefütterte Leggings. Die kann man also sicher, bis zum 40 kann man sich weiterlegen. 42, ich habe es jetzt nie probiert bei einem, der 42 hat. Was man probiert. Ich habe schon das Gefühl, die sind sehr elastisch. Aber wenn man sich dann nicht wirklich wohl fühlt, geht es ums probieren. Auch die vierte Leggings sind 39 Franken. Dann sind wir doch schon bei der grossen Buben. Sie hat ja eine cool Tasche. Die habe ich auch noch in Schwarz. Ich glaube, die ist jetzt gerade im Schaufenster. Hier bin ich meine Tische. Ja. Das tolle Teil ist 38 Franken. Wie fast alle Handtaschen wie immer. Dann haben wir hier einen Reissverschluss. Und da haben wir noch viel Material drin. Die könnt ihr die Hälfte geben. Da hat es ein Fäch auf dieser Seite. Und da haben wir noch ein Fach mit Reissverschluss. Um es zu tun. Und ja, sie kommt schon noch eine schöne Breite über. Also wenn sie denen mal ein bisschen gefüllt ist. Das ist halt, wenn sie neu kommen, sind sie halt ein ziemlich festes Zimmer gelegt. Ja, man kann sie nicht ganz gut aus dem Gestopften transportieren. Wäre ja schade um den ganzen Transportplatz. Da sind die Schachteln noch viel zu schnell voll. Und die sind ja sonst schon kaum schnell voll. Handtaschen wie gesagt 38 Franken. Da hat sie ein ganz hübsches Shirt. Ist ja eher eine lichtere Kombi. Auch die Hose ist nicht allzu dick bis jetzt. Also ja, bis jetzt ist es eher eine lichte Hose. Ja, die haben auch das Shirt. Aber ja, je nachdem, innerhalb viele sagen, ja sowieso immer zu warm. Die einen früheren, die anderen haben zu warm. Eben. Drum ab und zu einmal eine gefütterte Leggings. Die haben wieder eine lichte Hose. Für alle etwas. Die wunderschöne Kombination. Jetzt wollen Sie doch schnell schauen. Die Hose kann man bis zum 50 tragen. Und das Shirt bis etwa 48. Ihr könnt es gut probieren. Ungeniert. Einfach rein gewechselt. Donnerstagabend oder Freitagvormittag. Es ist schön im Punkt geben. Auf 078 759 58 46. Oder auf meiner Webseite gerlindes-mode.li. Ja, was haben wir da noch geholfen? Natürlich. Gehört dazu. Irgendwie ja ja. Die haben jetzt einfach dazu gemessen. Die coolen Westernboots habe ich im 40 und im 38 und kostet jeweils 59 Franken. Ja, die Western, die sind schon echt cool. Gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Und sie ist ganz, ganz glücklich angezogen. So. Da haben wir. Ich hab's noch einmal übergekommen. Das ist nüsig. Ein klein Täschchen. Natürlich mit Schultern immer. Hallo. Da ist er. Jawohl. Gehört dazu. Da haben wir ein Fach mit Reissverschluss, 3x Kartenfach, 2 grosse Fächer und da hinten haben wir ein grosses Fach und da ist noch eins, der etwas kleiner ist, ist aber nicht untergeteilt oder so. Ja, und auch das tolle Teil 38 Franken. Gehen wir mal weiter zu dieser schönen, schönen Bluse, die sich da anhat. Das Material habe ich gerne gejagert, mit dem Gürtel und alles, finde ich es echt satt. 100% Viskose, darum ist sie so schön weich, fühlt sich wirklich ganz, ganz toll an. Und da haben wir auch noch ein ganzes hübsches Gürtel. Denke ich euch dann auch noch ein Foto her. Dazu her dreht sich da ein Tüllschub. Also der Schub geht bis zum Knie und der Tüll geht dann fast bis runter. Und so her, ich finde sie einfach genial. Ich finde sie so schön, ich finde sie so schön, ich habe sie die minderen Größe bekommen. Ich finde sie einfach super. Die sind eben 38 und auch die sind 55 Franken. Den zeige ich euch noch. Die schöne Halskette aus dem Löchel. So, da müssen wir recht heben. Und diese wunderbare Halskette ist 25 Franken. Also von mir aus kann der Winter kommen. Und der Schnee auch in kalten Temperaturen. Da kann man sich so richtig schön... Die feinen, tollen Jacken, Schal und Döcher und Kappen, da habe ich auch schon wieder ein paar übergekommen. Also ja, da kann man sich so richtig schön, uuuuuh, fein einpacken. Ja, aber im Moment, da haben wir noch ein bisschen aufgefahren. Zuerst möchte ich euch den coolen Tests zeigen. Ich finde die so toll. Ich habe letztens ein ähnliches Modell gehabt. Ja, von der Farbe her würde ich sagen, ist sie fast gleich gewesen. Und ich hätte mir aber, ja sie ist eigentlich umgekehrt gewesen, und da gerade, und dann hätte man da offen machen können, es ist ja so eine allmässige Tasche gewesen. Ja. Und, was haben wir hier alles drin? Dürfen die Filmmaterial, die wir bekommen. Äh, natürlich Schulterriemen. Ja. Döpfel Fell, der gehört überall dazu. Dann haben wir einmal ein Fächtchen mit Reissverschluss, und da hinten sind noch zwei Fächtchen. Jetzt habe ich es noch gesehen. Ja, da ist ein wenig dunkel drin. Vor allem, wenn ich es so schief zeige. Da haben wir zwei Fächer ohne Reissverschluss, und dafür ein ganz großes Fach. Ja, das ist wirklich ein ganz hübsches Teil der Tasche. Ja. Ja. Und das für 38 Franken. Jawohl. Und. Hm. Fein. Ha? Ja. Die ist echt cool. Die ist wirklich cool. Die hat da noch einen Druckknopf. Dass man, ja je nachdem was man drin hat, dass es nicht gleich rauskommt. Oder vor allem wenn man die Jacke noch mal so herhängt. Ja. Kann man sich auch noch gerade so zutun. Man muss sich mit einem Reissverschluss rumhantieren oder wie auch immer. Ja, ich finde das da ganz praktisch mit den Druckknöpfchen. Ja. Das tolle Jeckle. Der Reissverschluss geht auf beiden Seiten offen. Hät auch wieder das Börtchen drin. Dass man da ein wenig mehr zuhät. Ist ganz eine feine Angelegenheit. Und. Ja. Grüe und Grüe bin ich jetzt. Aber das überfächern ja eher nicht. Die Jacke ist. Kleidergröße 38 bis etwa 40 zum Tragen. Äh. Hat innen keine Brusttasche. Nein. Ein cooles Teile. Der Metallic Look. Ja. Findet es echt wässig. Und kostet 119 Franken. Passend dazu habe ich den Comerflash Pulli genommen. Hoodie. Muss ich sagen. Ist ja ein Hoodie. Ja. Ist in der Kleidergröße 36 bis etwa 40 zum Tragen. Und was ich da auch habe. Das ist ein Glattleder Imitats Jeans. Jawohl. Ist schon bald ein Zungenbrecher. Das ist ein Karostar. Eben. Glattleder Imitats. Kleidergröße 38 bis 40. Muss man probieren. Hat eine schöne Länge. Ist eher schmal geschnitten am Bein entlang. Ja. Ja. Ich habe Luft innen. Aber. Also wenn ihr jetzt eine gerade geschnittene Wände ist es etwas falsch. Aber jetzt so auf den Winter hin finde ich es ganz praktisch. wenn die Beine nicht allzu breit sind. Dann kann man so schön die Stiefel hin tun. Und dann kommt ein wunderschöner Stiefel so richtig schön zur Geltung. Finde ich immer wieder einfach faszinierend. Das sind jetzt die Western Boots, die ich im 41 habe. Die Wäsche. Und die kosten 59 Franken. Der Hoodie ist 39 Franken. Und Karostar ist 49 Franken. Ich kann es unschöner probieren. Von diesen Läder Imitats habe ich im Moment eben die verschiedensten Jeanshosen. Es hat aber auch Leggings im Läder Imitat. Es hat auch normale Schlupfhosen im Läder Imitat. Also kein vorbei. Es hat ja sie verschiedensten Grössen und verschiedenste Farben. Auch diverse gefütterte Leggings. Einfach normale Stoffleggings einfach gefüttert. Ich habe im letzten Jahr schon den richtigen schönen hohen Bunt von den Leggings. Ärtige habe ich auch wieder gekriegt. Die, die so sind. Von denen habe ich jenste Farben gekriegt. Und auch verschiedene Grössen. Und da sehen Sie jetzt. Sie sind. Ja, so sieht man es. Wunderschön. Und vom Material her. 90 Polyester und CH Spanex. Ja, Elastan. Ist mir gerade das Wort nicht eingefallen. Sind wunderschöne, bequeme Hosen. Sind in der Kleidergrösse 36 bis 42. Hat aber auch ein paar dabei, die grösser sind. Das ist jetzt zum Beispiel ganz so schönes dunkles Cognac. Eine raumhafte Farbe. Was wenn ihr das so in Natur gesehen. Kein Vergleich zu dem, was ihr jetzt da im Video gesehen. Also es ist wirklich wunderschön. Ja, kommt vorbei. Ich habe immer Donnerstagabend. Vom halb 6 bis 7 Uhr offen. Und am Freitagmorgen vom 8 bis halb 12 Uhr. Und sonst gehen wir den Funk auf 078 759 58 46. Und dann machen wir einen Termin ab. Wir finden garantiert etwas. Die andere Möglichkeit, die ihr habt. Ihr könnt auf meine Website gerlindes-mode.li Kontaktformular ausfüllen. Mit der Bitte anlegen, wie auch immer. Was euch gerade beschäftigt. Wo ich hoffentlich helfen kann. Und dann melde ich mich bei euch. Ja, mit der Wort. Am 3. Dezember bin ich übrigens in Langquart am Weihnachtsmarkt. Und die Woche davor bin ich im Schellenberg. Das ist der 6, 27. November ist im Schellenberg der Weihnachtsmarkt. Es ist der 20., wo sie feiern dürfen. Das 20. Jubiläum. Und ab am 11.11. haben wir die Weihnachtsternaktion wieder im Lechtenstein. Also das heisst wieder Sternchen sammeln. Im Land einkaufen und wunderschöne Preise gewinnen. Ja. Ja. Also ich kenne Haufen, die jetzt die letzten paar Jahre bei mir Sternchen gesammelt haben. Und nachher an der Verlosung wirklich noch ein paar tolle Votschi haben dürfen gewinnen. Und ja, vielleicht hätte ich wieder etwas Neues gewinnen können. Ja. Machen mit. Kaufen im Lande. Und ja, es lohnt sich garantiert. Wo man auch kennt. Ist zwar nicht mein Spruch. Er gehört ins Oberland. Aber es ist wie es ist. Also. Die Kombination habe ich euch erzählt. Die nehmen wir euch dann zur größeren Puppe. Sie hält. Jawohl. Auch eine Karostara. Aber zuerst einmal der Flauschischal. Ach Gott. Er ist so der Hammer. So. Fein. Echt. Ah. Das müssten. Ja. Wenn ihr ihn spüren, hm. Dann wüssten ihr, von was sie reden. Also. Da haben wir 30% Lana Wolle. Und 70% Viskose. Cool, oder? Ich finde den so der Hammer. Den habe ich noch in Rot. Zeige ich euch nachher auch gleich. Und kostet 28 Franken. Dann hat sie da ein Viehkort Shirt an. Der Hammer sind da ein Gummizug. Und auch da hat sie ein Gummizug. Das wunderschöne Teil ist in der Kleidergröße 48 bis etwa 52 zum Trägen. Und kostet 39 Franken. Den haben wir dann an die. Die so herzen. Die gefütterten Stiefeletten. Die sind so schnüssig. Und weißt du, die sind da wirklich. Jetzt weiss ich nicht. Seht ihr das bei sich? Die sind wirklich bis runter gefüttert. So. Cool. Und ein so herziges Schuhchen. In Hellbeige. Im 36 für 55 Franken. Ja. Wirklich. Ein ganzer hübscher Schuh. Und dann gehen wir noch zu unserer kleinen Puppe. Also kleine Anja. Mit der kleinen Kleidergröße. Und sie ist schon recht im Winter angekommen. So. Jetzt sieht man sie gut. Cool, oder? Haben wir das gesehen? Da unten. Micky Maul. Und dann gibt man eine Viehkorpolie. So herzig. Also. Wo fangen wir an? Da haben wir noch so einen hübschen Schal. Ist, wie ich vorher gesehen habe. Dann. Lana Wulla. Und Viskose. Und auch der ist. 28 Franken. Und das ist wirklich ein Knallrot. Wirklich. Es kommt jetzt hier nicht so ein Knallrot übrig. Aber ja. Kann man gleich anschauen. Ich sehe es euch. Er ist ein Traum. Dann hätte ich hier eine Weste genommen. Mit Gewuzen. Das ist auch so ein wunderschönes Hellbeige. So. So. Dass wir hier raus können, ohne dass wir die Barmen aushängen. Jawohl. So. Das tolle Teil ist in der Kleidergröße 40,42. Und kostet 99 Franken. Hat da auch wieder die praktischen Bändel. Dass man den Rissenschluss wirklich ganz praktisch aufziehen kann. Ohne sich lang zu verringen. Da haben wir Taschen an. Und es hat auch eine Innentasche. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Eine schöne helle Jacke. Wisst ihr. Dass man euch auch wirklich die Strassen verkehrt zieht. Ja. Und es kostet 99 Franken. Dann hätte da der schöne Viehkarpulich. Da kommen wir glaube ich auch ein bisschen in die Nähe. Micky. So. Hey. Es geht nicht so, wie ich es gerne hätte. Jawohl. Micky Maus, der die Augen zu erhält. Sachen gibt es. Das wunderschöne Boulevard ist in der Kleidergröße 36 bis etwa 42 Franken zu tragen. Und kostet 39 Franken. Darunter hat sie. Das ist auch eine geförterte Leggings. Die ist aber ganz ganz dunkelbrauch. Also wirklich sehr sehr dunkelische. Macht schon fast rasch, dass es schwarz ist. Aber es ist wirklich ganz dunkelbrauch. Und auch die kostet 39 Franken. Und so her. Die schönen Schuhe im 41. Und auch die sind natürlich geförteret. Hauptsächlich da oben. Ja und da ist ein normales Foto, den wir die Stiefel haben. Und kostet 55 Franken. Tja, fit für den Winter geht es weiter. Jawohl. Ich habe ganzen Haufen dicke Sachen. Und es kommen alle Bocken, neue Päckchen. Und ja, vielmehr sind es halt wieder schon fort, bevor ich es richtig ausgepackt habe. Darum sage ich immer, komm einfach spontan vorbei. Weil ich bin oftmals halt, muss packen. Und dann läuft irgendjemand per Zufall vorbei. Hey, hörst du auf? Darf ich schauen? Sicher darfst du schauen. Wenn ich da hinten am Arbeiten bin, schaue einfach hin. Oder gehst schnell am Funk. Hey, bist du rum? Darf ich schnell? Ja, schaue einfach mal. Ja, schaue einfach halt. Ja, ich bin ein bisschen nervig. Kommt vorbei. Ich freue mich auf jeden Besuch von euch. Ja, und wie gefällt euch das? Ja, mit den Westen ist man halt schon so toll angezogen. Ja, die ist mir jetzt gerade wieder ein bisschen zu gross. So, wo bist du? Machen sie dann nochmal kurz mit den Druckknöpfen zu. Ja, das Shirt, das ich jetzt drunter getan habe, ist nicht allzu dick. Aber ich habe Luft. Also ich habe wirklich keine Luft. Also bis zum 42, 44 geht das. Schiletsicher. Ja, was gibt es noch drüber zu sagen? Nein, es hat keine Immeltasche. Es hat aber hier zwei grosse Taschen. Und jetzt hier der Rissverschluss, der recht weit hoch geht. Also hier kann man dann schön variieren, wie es einem dann am bequemsten ist. Wenn man sie halt ganz zu hat. Ja. Ist halt einfach von Vorteil. Und wenn du auch die Seite offen machst, kannst du doch ein Auto einsteigen, und dann gleich alles kaputt geht. Also, die wunderschöne Westen kann man bis zum 44 sicher anlegen. Und kostet 99 Franken. Dann habe ich das coole Long Shirt an. Ich finde das so herzig. Ja. Hat hier noch ein Testchen. Es ist wohl lang, aber wie nicht so extrem lang. Ist auch vom Schnitt her recht angenehm. 40, 42 vielleicht. Müssen wir probieren. Kostet 39 Franken. Wie auch die cool Glattleder-Imitats-Hose. Und die ist 39 Franken. Hat Hosen-Säcke. Oben dran einen Gummizug und eine Kordel. Ja. Und sie hat auch hinter Hosen-Säcke. Ja. Feine Sache. Gut. Bin sie ganz runtergezogen. Jawohl. Äh. Die Hose, die geht etwa so 38, 40. Ja. Siehst du, es geht gut gefüllt mit mir. Aber ja, mehr täte ich es auf keinen Fall. Und dann haben wir da noch schwarze Westen-Boots. Ja, ja. Kommt dann immer wieder etwas dazu. Die sind jetzt ein bisschen anders von der Machart. Sie haben noch Pernäten mehr. Sie sind, die anderen sind ja eher, ich zeige es euch gleich mal da. Die sind ja hier wie perforiert. Mit diesen Löchchen. Und die schwarzen, die sind jetzt ganz zu. Die ist jetzt von der Machart, wie die da. Die sind komplett zu. Die haben da vorne so ein Stoff und die Niederlandung. Auch da ist mehr zu. Und bei der Stickerei da oben ist es auch komplett zu. Ja. Der total wäre 38. Und der schwarze, den ich da habe, ist im 40. Für jeweils 59 Franken. Dann gehen wir zu unserer grösseren Puppe. Sie hat ja eine Kleidergröße 44-46. Und hat jetzt da eine Westennahme. Wo? Kleidergröße. So, wo bist du? Die kann man bis zum 48 tragen. Sie ist aber nicht so dick. Aber, ja. Braucht natürlich auch mal ein bisschen dünnere. Ja. Und schwarze passt ja eh fast überall. Ist von ihm her praktisch. Ja. Man sieht dem halt nicht so gut. Aber, ja. Es ist bei sich. Die einen haben sie gerne, die anderen nicht so. Es ist mit jeder Farbe so. Hät auch ein Hoodie dabei. Ist da auf der Seite offen. Also ohne Rissverschluss oder so. Und kostet 55 Franken. Und wie gesagt, Kleidergröße 44 bis etwa 48 zum tragen. Wie auch die tolle Kombi. Der wunderschöne Strickpulli. Mit dem Donald Duck drauf. Und auch der prächtig geförteren Leggings. Was ich da auch hab. Mit dem schönen Hoodie weg. Mit dem Knöpfeln drauf. Ist beides in der Kleidergröße bis etwa 48 zum tragen. Und kostet jeweils 9 riesige Franken. Und dann haben wir da einen ganz herzigen schwarzen Stiefel. Nehmen wir die hier noch dran. Ja, kein Kartenchen. Das gibt's. Die sind ein bisschen gefüttert. Ist aber ein kleiner. Der ist ein bisschen 36. Da sieht man es. Er ist, ja. Wärmer gefüttert. Für die meisten. Ist ganz ein schöner. Ist ein eleganter Schuh. Glattleder. Wildlederimitat. Im 37 für 59 Franken. Ja, ist praktlich ganz ein schöner Schuh. Dann gehen wir noch zu unserer kleinen Puppe. Sie hat auch schon einen ganz flauschigen Pulli, ja. Ui. Was ist denn noch? Der tolle Karo Pulli. Also Karo vom Motiv her meine ich. Er ist auch ganz ganz flauschig. Und was haben wir denn da für Materialien? Da haben wir 50 Acryl, 31 Neuron und 9 CH Prozent Wulle. Ja, ganz weich. Fühlt sich wirklich toll an. Die tolle Kombination ist in der Kleidergröße 36 bis etwa 42 zum Tragen. Der Pulli kostet 39 Franken. Und der Viehkarte Hose von Karo Star. Das ist die Grösse 38,40. Nein, nein, 36 bis 38 würde ich sagen. Die Atlante sind nicht so elastisch wie die Jeanshose. Darum haben wir 6,38 und kosten 59 Franken. Und dann haben wir da noch die ganzen hübschen Schuhe dazu. Ich finde das so herzig. So eine schöne dicke Sohle. Wildlederimitat. Hier mit Reissverschluss, dass man es nicht jedes Mal finden muss. Er ist jetzt nicht wirklich gefüttert, aber es ist ganz ein angenehmer Stoff da drin. Ja, ist wirklich ganz ein tolles Schuhe. Da hinten kann man ihn auch noch einmal schnüren. Also man hat eine hohe Möglichkeiten, dass ihm der Schuhe wirklich super gut passt. Den habe ich ihm 38 übergekommen und kostet 55 Franken. Und schon wieder bei den letzten Kombinationen angelangt. Also schnell geht das immer wieder. Ja, und was sagen wir zu dem? Das erste Kleidchen. Das ist eins. Also es ist auch ins Zimmer geknäut. Kann man natürlich als Oberteil tragen. Mit einer weißen Hose zum Beispiel. Das würde ich natürlich auch cool machen. Aber das Beste ist. Der cool Strumpfhose, den ich hier habe. Sieht ja ein bisschen aus, ob sie ja. Dunkle Strumpfhose. Ich habe in Wirklichkeit ein wunderschönes, warmes, geförterte Strumpfhose. Vermutlich haben sie die Werbung auch schon gesagt. Das sind eben die brutal schönen, warmen. Warmen vor allem. Strumpfhose. Sie haben Füßchen dran. Also ja, es ist eine geförterte Strumpfhose und keine geförterte Leggings. Ein Traum. Ich sehe es euch. Laufen sind schon wieder fort. Ihr müsst euch beeilen, wenn ihr noch eine möchtet. Die geht bis zum 44 und die anderen müssen noch bis zum 46. Ja. Und so sieht sie aus, wenn man sie nicht anhält. Dann sieht das so aus. Und wenn ihr dann ein bisschen auf Spannung geht. Speziell, oder? Ich finde das brutal lässig. Und die sind so toll zum tragen. Also die haben wir ja. Ja. Die sind nicht. Das sind jetzt meine. Ich habe jetzt wirklich mal gesagt, die sind meine. Weil ich muss ja wissen, wie sie sich anfühlen. Wie tut man sie pflegen. Ja. Wie ist das Verhältnis. Und ja, wenn ich es selber nicht alle nicht für mich brauchen täte. Könnte es euch ja nicht sagen. Also. Ich kann nur sagen, die Hosen. Hammer. Also wirklich sensationell. Sonst musst du einfach alles. Ja. Weil der Winter garantiert. Ja. Das ist wirklich cool. Wie gesagt, das wunderschöne Oberteilkleidchen. Ich kann mit der Kleidergrösse 36 bis 42 tragen. Und ja. Kleidchen. 45 Franken. Ganz tolle Angelegenheit. Wie sieht man. Ich kann so mit einer weissen Hose. Ja. Ich würde es mit einer weissen Hose kombinieren. Aber ich würde es mal ausprobieren. Oder wirklich halt als Kleidchen tragen. Ja. Dazu her habe ich die schwarzen Sockenstiefel an. Das sind also richtig schön anliegend. Ja. Das ist eine coole Kombi. Die Sockenstiefel habe ich noch in schwarz. Und die sind in 40 und kosten 59 Franken. Und jetzt hat sie noch eine schwarz-weisse Kombination. Die kann man in der Kleidergrösse 42 bis etwa 46 tragen. Die Leggings ist ein bisschen dünnere. Wie die, die wir vorher hatten. Das andere war doch eine gefütterte. Mhm. Aber eben wie gesagt. Die einen haben eher kalt. Die anderen haben immer zu warm. Es ist bis jetzt. Darum schaue ich, dass ich für alle etwas getan habe. Die tolle Kombi. Shirt und Leggings sind jeweils 39 Franken. Und das sind jetzt die Glattlädri mit Tarz Stiefel, die ich ganz am Anfang angekommen habe. Die sind im 39 und kosten 55 Franken. Das ist wirklich, ja, ein Wascher auf der Schuhe. Das Schöne ist schon mit dem Bummiersatz. Und da haben wir noch den Rissverschluss. Und da kann man auch noch ein bisschen nachhelfen, wenn man jetzt nicht gleich hin kommt. Ich schlaufe sowieso gerade überall mit der Schuhlöffel hinein. Aber, ja, es arbeitet halt jedes ein bisschen anders. Dann haben wir da noch ein herziges Halskettchen. Das ist 25 Franken. So, und jetzt ein letztes Mal zu unserer kleinen Flankenpuppe. Ja. Die eine fragt, was? Hat sie das immer noch? Nein. Ich habe es noch einmal übergekommen. Ich war im Suchen und ja, sie haben sehr viele Nachfragen gehabt aufs Mal. Und sie sagten, ja, schau ich halt. Jetzt ist es wieder da. Ja. Ja. Die Schnelle ist sie geschwindet. Ihr wisst es. Ja. Das tolle Blüsli ist ein Wicke Blüsli. Kleidergröße 368. Kostet 39 Franken. Wie auch die Prächtiglinge. Das ist jetzt eine gefütterte. Mit diesen Blumen drauf. Da ist dann ja auch noch ein Förtchen dazu. Und dann hat sie da noch das herzige Halskettchen mit dem Smiley. Da jetzt schwarz-silber. Ich habe ihn nachher in einer anderen Farbenkombination. Ja, wie ist es weiss? Also, wie ist es Silber? Auch ganz, ganz hübsch zeige ich euch aber das nächste Mal. Und passend die silberigen Western Boots. Die habe ich aber im 37 und kosten 59 Franken. Jawohl. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder einen Haufen gefallen. Ihr wisst es. Machen ein Brunscreme von dem Teil, den ich euch auf die Seite tun soll. Und melden euch bei mir. Ich schicke es euch gerne ein paar Tage auf die Seite. Ihr könnt es anschauen, den nächsten zehn Tage. Ihr könnt probieren. Und dann entscheiden wir, will ich es, will ich es nicht. Schicken kann ich es natürlich auch. Gegen Vorkasse ist ganz selbstverständlich. Und Porto gehört natürlich auch dazu. Und das können wir alles aber untereinander abmachen. Und wie gesagt, Moody Party ist immer ein Thema. Mache ich gerne und immer wieder. Im nächsten Samstag, Sonntag bin ich, wie gesagt, im Schellenberg. Dann am 3. Dezember in Langfahrt am Samstagabend. Und dann am 9. und 10. Dezember bin ich von dort am Weihnachtsmarkt. Und dann lassen wir es langsam ruhiger angehen. Es sind jetzt auch die drei Märkte, wo ich noch präsent bin. Ja, und dann kommt Weihnachten. Und dann machen wir ihn nochmals ein paar Tage entspannen. Aber zuerst gehen wir nochmal Vollgas. Also, ich freue mich auf euch. Melden euch. Egal. Geht es um die neue Kunden App. Die ist Hammer. Ich sehe es euch. Da kommen ja Sachen zu sehen über und die Möglichkeit zum bestellen, die ich gerne herantäte oder nicht herantäte oder wie auch immer. Ja, genüssen. Dann eben die Kunden App. Auf dem Markt bin ich. Auf dem Shop habe ich offen. Ja, melden euch bei mir. Ich bin relativ flexibel, was die Öffnungszeiten für euch angeht. Also, meine Telefonnummer 078 759 58 46. Und die Website ist gerlindes-mode.li. Ihr könnt das Kontaktformular ausfüllen, wenn ihr irgendwie eine Frage bitte, wie auch immer habt. Melden euch einfach. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Karl Dollar.